Jetzt darf ich wieder mitspielen. Jetzt darf sie wieder mitspielen. Sie kriegen nur Punkte, weil wir verlieren. Wir fangen an bei Jule. Und zwar suchen wir DFB-Pokal-Schützinnen aus dieser Saison von den Wölfinnen. Und go! Schützinnen? Ja. Was für Schützinnen? Wir haben vier. Zwei, eins. Die schon mal geschossen haben, oder was? Torschützinnen. Marina ist dran. Ach so, Alex Popp. Ja. Tabea Wassmuth? Nein. Weiterhin für Jule. Fünf. Pauline Bremer? Ja. Jule Brand. Nein. Nein. Das ist der erste Punkt bei Jule. Hab ich einen gemacht? Ja, ne? WP-Pokal? Nein. Du hast nur in der Bundesliga getroffen. Noch neunmal. Das ist der erste Punkt für Jule. Es geht bis eine Drei-Punkte an. Deutsche Nationalspielerin bei der EM 2022 in England. Deutsche Nationalspielerin bei der EM 2022 in England. Aus Wolfsburg? Ähm, kompletter deutscher Kader. Okay. Wir fangen an. Fünf. Drei. Zwei. Ach so, wer ist rum? Ach so, wer ist rum? Ich dachte, er zählt runter. Okay. Richtig. Jetzt. Almut Schult. Jawoll. Nicola Nigumi. Ja. Ann-Kathine Berger. Petticitas Rauch. Kathi Hendrich. Ja. Ja. Marina Hegering. Julia Gwynn. Ja. Äh, Clara Bühl. Jule Brand. Lena Oberdorf. Marina Hegering. Ah! Ah! Wer? Ah! Wer hat das gesagt? Ich. Äh, Alexandra Popp. Ja. Lea Schiller. Ja. Tabea Wassmuth. Ja. Linda Dahlmann. Lena Lattwein. Scheiße, die hat jetzt was. Sophia Kleinherne. Sarah Dorsen. Ah! Sacha Rebritz. Oh Scheiße. Dina Margot. Scheiße. Vier. Drei. Zwei. Ne. Eins. Oh Scheiße. Wen hatten wir denn noch? Linda Dahlmann hatten wir schon. Ja, wir müssen gerade mal durchgehen. Hatten wir Sveni? Sveni! Das ist nämlich die. Heute hat sie auch nicht mehr im Kopf, ne? Hatten wir Almi? Nein. Okay. Wir machen weiter mit dem nächsten Topic. Jetzt beginnt Obi. mit Nationalitäten in unserem Kader. Holländisch. Holland. Island. Schweden. Deutsch. Mhm. Polen. Mhm. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Fünf. Was ist Sarah? Fünf. Serbien. Nein. Das ist der Junge. Fuck, Alter. Ja. Mann ey. Ich hab auch immer nicht. Das war auch die letzte, die letzte Nationalität, die wir gesucht haben. Slowenien. Slowenien. Scheiße. Kannst du das mal Kai sagen? Ja, irgendwie sowas. Ich war froh, dass ich dran dachte. Scheiße. Wir suchen. Jule fängt an, ne? Ja. Mannschaften. Deutsche Meisterinnen. All time. Also komplett in der Historie zurückgegangen. Wir fangen an bei dir, Jule. Fünf. Wolfsburg. Jawoll. Bayern. Ey, ganz viel dran. Raus. Dann bist du raus. Ey! Haben wir grad eben in der ersten Runde auch so gemacht. Junge, das habt ihr nicht erklärt. Ich hab nicht gesagt, dass man dann raus ist. Frankfurt. Das wäre ja auch viel besser, wenn... Bevor die fünf Sekunden um sind. Frankfurt. Bayern. Potsdam. Potsdam. Äh, Duisburg. Ja. Welcher Duisburg, ne? Ja. Welches Duisburg? Welches Duisburg? MSV-Duisburg. Ne. Das war nicht die Woche, hey, wir waren noch nicht FC-Bayern-Münsch. Duisburg und dann, also ... Division, du bist raus, Du hast everything. Ich will jetzt nicht zum Chiri werden, aber ich würde das nicht gelten lassen. Tatsächlich muss ich da auch zwischengrätschen, weil es gibt einmal den FCR-Duisburg und den KBC-Duisburg, die jeweils Meisterin waren. Tanja. Oh, wow! Halleluja! Wir starten mit dir. Fünf. Deutschland. Ja. Schweden. USA. England. Neuseeland. Ja. Frankreich. Australien. Ja. Dänemark. Spanien. Spanien war das, richtig? Ja. Ja, weiter geht's. Fünf. Italien. Ja. Obi. Südafrika. Moment, irgendwo steht's. Ja. Ja. Jule. Marokko. Richtig. Nigeria. Richtig. China. Richtig. Norwegen. Richtig. Chile. Chile ist dabei, hab ich gelesen. Moment, Moment, Moment. oder doch nicht. Chile ist ... nicht dabei. Oh nein. Okay. Warum geht's denn nicht unsere Gruppe durch? Weiter geht's bei Obi. Ich hab keine Ahnung mehr. Vier. Ist okay. Nigeria hat sie hier schon, Obi. Das ist ... Stopp mal kurz, aber ... Ich weiß ja keins mehr. Costa Rica. Ja. Costa Rica. Ja, es wären noch ein paar. Hm ... Die sind bei uns auch in der Gruppe, hab ich gelesen. Costa Rica, wollt ich sagen. Glaub ich. Hm ... Zu spät. Was hast du denn jetzt? Welches denn? Hättest du denn noch gehabt? Ich hätte noch Österreich. Oder Schweiz. Nein, Österreich. Schweiz wär besser gewesen. Aber du hast den Punkt bekommen, weil du die letzte ... Die letzte warst. Sie gewinnt auch nur ... Sie kriegen nur Punkte, weil wir ... Ja, weil wir verlieren. Nein. Sie gewinnen nicht, sondern wir verlieren. Also ist Jule auch einfach neutral. Äh ... Nö. Ich hab gewonnen. Okay. Glückwunsch. Dankeschön.